... Ist das bei dir? Nein. hier ist sie ja ja die war unter meinem bett äh unter meinem schul ja ich bin girdig ein verdiemlich Okay. 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 Oh, 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 oh. Heute ein Sieg, dann kennen wir den Meister. Die Spannung ist kaum noch zu überbieten. Bleiben Sie dran. EA Sports zeigt es Ihnen. Live. Wir melden uns heute aus der französischen Hauptstadt aus dem Park de France. Und heute heißt es also Paris Saint-Germain gegen Nizza. Jetzt sehen wir die Paris Saint-Germain-Hunde aufreffen. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders. Und so läuft Nizza heute auf. Wir treten ihn heute in 4-3-3 an, Bouchy. Kurzer Kommentar für die Situation. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann füllen. Mbappé! Ganz starkes Tor. Einfach mal mit dem...